Hello Boys and Girls! In diesem Video lernst du neue Wörter. Schau dir dieses Video also so oft an, bis du die Wörter richtig gut kannst und denke daran, du kannst auch jederzeit auf Pause drücken oder mit dem Video wieder von vorne anfangen. Viel Spaß dabei! Pony Das Pony Pony Das Pony Lizard Die Eidechse Lizard Die Eidechse Turtoys Die Schildkröte Turtoys Die Schildkröte Budgie Der Wellensittich Budgie Der Wellensittich Ginny Pig Das Meerschweinchen Ginny Pig Das Meerschweinchen Grey Grey Die Farbe Grau Grey Grau Grau Pony 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 Lizard 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 Turtois 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 Budgie 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 Guinea pig Guinea pig Guinea pig Schau dir hier die Schreibweise ganz genau an, denn man spricht es guinea pig aus. Grey 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 So, das waren deine neuen Wörter. Viel Spaß beim Üben. Bye, bye! 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 Vielen Dank.